und da sind wir wieder herzlich willkommen zur folge 8 von banished man das geht ja vorbei acht folgen schon junge 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 wir kämpfen hier immer noch die zweite folge jetzt schon um unsere holzknappheit zu beseitigen der feuer holzmacher der akate wie bescheuert und die holen als immer gleich wieder um ihre hütten zu beheizen bis jetzt haben wir noch keinen kältefall das ist ganz gut wie sieht es aus mit studenten sechs studenten okay ich hoffe dass sie nach der arbeit studieren friedhof ist fertig sehr schön sehr schön aber glücklicher sind sie davon noch nicht geworden ich dachte wenn die später winter wir haben den winter schon wieder überstanden warum haben wir fünf noch guck mal wir haben fünf kugel wie sieht es aus mit dem holz leute was ihr für holz braucht guck mal was hier hinten für holz rumliegt und eisen kommen alter wir machen mal das ding hier muss man ein bisschen vergrößern gucken ob wir hier noch irgendwo was vergrößern müssen liegt hier noch was rum das hat mal der förster der schleppt das doch alles hast du hier keinen platz guck mal hier kannst du eins hin machen genau damit der förster das nicht nachher noch alleine irgendwo herum tragen muss das wollen wir ja nicht der förster hier selbstständig irgendwelche sachen rumträgt habe ich überhaupt keinen bock drauf so guck mal hier machen wir ein ganz kleines nein das passt da gar nicht hin oder hier gleich neben dem förster ja und hier hinten hatten wir hier schon eins ja das auch eins ist sogar schon voll das alles noch abgeholt werden selbst hier hinten oh wir müssen ja wieder farmer einstellen ich trottel warte mal früher frühling ich hoffe wir waren jetzt nicht zu spät hier unsere farmer zu aktivieren dem essen sieht es ganz gut aus wir haben auch diesmal wirklich mehr holz gehabt dass wir den winter überstanden haben die schule haben wir gebaut wie sieht es aus steine haben wir was das hier kohle kohle haben wir noch nicht da fällt mir gerade ein genau wir müssen doch noch so ein eisenbergwerk bauen hier weil da wird nämlich warte mal hier ja da wird kohle und eisen abgebaut genau so ein ding wollen wir jetzt bauen hier zack zack oh der braucht ja irgendwie einen spezialplatz oder was oder muss man den so weit unten setzen kann man den hier hinsetzen ne guck mal du mir würde am liebsten sein wenn du da stehst hier okay guck jetzt nein das ist da hinten wieder wo willst du denn stehen ich dachte du willst an einem berg stehen willst du nicht an einem berg stehen klar willst du an einem berg stehen ach so so vielleicht so 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 ja pass auf jetzt 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 ja komm so nein so nicht aber so ja cool 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 ja so dann machen wir mal hier warte mal hier wollen wir noch einen schönen weg normalen ne dann machen wir gleich einen steinweg was soll der geilste machen wir gleich hier noch einen steinweg haben wir hier so eine doppelte straße dann will ich hier diesen den lagerer wenn hier noch kohle dazukommt machen wir mal richtig groß wenn da noch kohle dazukommt und eisen dann holler die waldfeder geht das richtig ab so und dann werden wir das ding hier jetzt als primär markieren dann wollen wir mal hoffen vielleicht noch ein bauarbeiter mehr äh mir fällt gerade ein ich bin ja von meiner eisernen regel abgefallen ich wollte ja echt eine weile warten bis ich genug holz habe ich glaube nicht dass ich genug holz habe naja ist egal ist egal guck mal da kommt schon wieder neu ich weiß nicht ob jetzt das wirklich vom förster gepflanzt doch ich glaube schon doch ich glaube schon ähm guck mal hier zum beispiel hat hier haben wir keinen förster und da ist nichts gekommen guck mal hier liegt zeug rum ey man warum sammelt ihr das nicht ein gibt's doch wohl nicht guck mal das können sie doch alles einsammeln ich weiß gar nicht warum sie das nicht einsammeln gibt's denn sowas ja die ganze schönen kräuter hier wir könnten ja den weg noch ich wollte doch nicht doch mach den weg hier komm hier mach hier noch so ein weg gehen warum auch immer haben sie was zu tun aber am wichtigsten ist mir ja hier wie sieht's denn da aus die schleppen da schon fleißig hin das ist sehr schön das ist sehr schön dass ihr das macht so wir haben äh späten frühling ja die zeit vergeht langsamer wenn man auf zwei gestellt hat auf zweifache geschwindigkeit oder ist das einfacher ne zweifach ok so sieht es aus wie sieht's denn aus wenn ihr ah guck mal ja das sieht schon realistischer aus ja stimmt guck mal das stockpile hier ist viel zu klein wenn wir gleich noch größer machen so ist wahrscheinlich noch altlasten von früher aber immerhin sehr schön das läuft doch gut das läuft doch komm jetzt hier jetzt mal wieder auf fünf kurzzeitig können die da gleich unseren steinbruch fertig machen natürlich ist ja ein nachteil wir werden ja keine keine neuen keine neuen arbeiter haben solange wir keine neuen häuschen bauen guck mal hier am steinbruch müsste man noch wohnen das wäre doch geil oder aber nicht solange wir nicht genug feuerholzer haha haha ich bin mal gespannt wie das ding dann aussieht ja gibt es hier eigentlich eine statistik wie viele jahre oder irgendwas guck mal was denn das gibt es hier eine statistik schau oh halt das produktionsstatistik los zeig mir zeig mir die produktionsstatistik aha letzte diese ah ok die die saison was sie letztes jahr und was sie dieses jahr an mhm ok so studentenmäßig alles klar neun studenten gut die fehlen aber scheinbar hier nicht die gehen dann irgendwie nach der arbeit studieren so und des weiteren sollte man auch hier die noch alle weghacken ja ah hier wird fleißig holz gehackt ja das ist sehr schön das finde ich sehr gut dass ihr so fleißig seid wir wollen so viel holz dass hier die lager überquellen für holz ah ok ja hat sich ganz schön geleert über den winter was denn hier gibt es aber noch keine toten hört mal auf hier runter vom friedhof arbeitet lieber oder ruhen die sich da aus naja ok ist egal mach doch was er wollt mach doch was er wollt bist du fertig ja nein 79% komplett mhm 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 naja nicht schlecht also werden wir bald sogar noch kohle haben eine völlig neue ressource ach die kohle genau die ist zum heizen cool dann brauchen wir nicht mehr so unglaublich viel holz fällt mir gerade ein weil wenn die mit kohle heizen ja genau dann müssen wir da aber ganz schön viele leute hinsetzen damit das auch geht mit unseren kohle wie viel können wir vier kann man da einstellen ok in der mine kann man vier einstellen meiner ok also werden wir sogar glatt machen damit wir richtig viel kohle bekommen ah haha haha meiner 15 oh oh cool cool sieht das geil aus oder ja es ist zwar auch umweltverschmutzung ist mir aber egal scheiß auf die umweltverschmutzung ach ne guck mal wir können hier einstellen iron wir waren kohle genau nur kohle soll er machen haha kohl weil Eisen haben wir ja genug wa Eisen haben wir 92 da freuen wir uns schon wenn er jetzt nur kohle produziert haha dann können die damit heizen juhu und wir haben jetzt schon total viel Feuerholz und bald haben wir auch noch kohle ach sehr schön die Nahrung es wird weniger Nahrung ist euch das schon mal aufgefallen meine lieben Freunde ist euch das schon mal aufgefallen ähhh warte mal nahrung dann bauen wir mal noch wir bauen noch ich möchte hier so einen Bärensammler haben hier der hier guck mal Gatorze hat haha Gatorze hat hier haben wir den haben wir hier schon einen da hinten da ist einer ok dann machen wir hier noch Gatorze hat den genau den werden wir sogar unverschämterweise noch mit einem Weg na wo ist er hier mit einem Weg hier verbinden so bau mir mal bitte Gatorze hat und hier nochmal ganz vorsichtig und sagen hier nimm doch mal das noch weg aber bitte ganz vorsichtig und das hier auch noch jawohl hier ist es uns egal wobei hier sind ja auch Steine ohne Ende ja nehmen wir jetzt mal hier alles weg ok so ihr habt zu tun Leute ihr habt zu tun wie ist es mit der Kohle wir haben noch nicht eine Kohle abgebaut was soll denn das ist schon Herbst ihr habt keine Kohle abgebaut meine lieben Freunde ganz übel ganz ganz übel na gut wir haben auch nur zwei Leute drin da liegt schon Kohle haha die lag da vorher nicht guck mal hier Kohle oh Kohle 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 so gib mir die Kohle gib sie mir jetzt haben wir drei Kohle haha die ist bestimmt viel effektiver zum Heizen bin ich mal fast dort überzeugt so Leute ich spendiere euch einen Dorfbrunnen es ist soweit guck mal der kostet ja fast gar nichts den spendiere ich euch damit ihr was schönes habt und euch freuen könnt so auch wenn ihr den im Moment noch gar nicht braucht so die Ernte wird eingetrieben okay dann haben wir ja auch immer ein bisschen mehr äh na dann haben wir auch immer ein bisschen mehr Essen so da jetzt Winter ist äh was haben wir hier denn Hospital habe ich jetzt aus Versehen angeklickt ne brauchen wir nicht Gesundheit ist ja gut so wir gehen jetzt mit den Farmern runter eins zwei drei okay und dafür die schicken wir hier als meiner eins zwei drei wisst ihr und selbst die Bilderer die brauche ich jetzt nicht mehr zack zack also wenn jetzt die Laborer mal schön alles noch abbauen was ich denen gesagt habe auch guck mal die kleinen Bäumchen die wollen sie auch abhacken oh nö nicht die kleinen Bäumchen nö nö na ist ja auch egal so oh guck mal der wird schon gebaut ah der braucht gleich drei hei 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 der braucht drei Leute fünf meiner fünf Stonecutter wie sieht es aus Stein ist immer noch schlecht Eisen sieht relativ gut aus ein bisschen Brennholz haben wir Essen sieht ganz gut aus im Winter gibt es scheinbar mehr Pilze was ist denn das hier eigentlich noch ist das noch eine andere Art Essen ach Medizin 303 Medizin hat ja schon gemacht ey Leute wenn du da nicht mehr auf der sicheren Seite bist das gibt es doch gar nicht oh sehr schön gut dann du machst hier schon ein Ding denke ich mal was war dein Problem du hast das Herb Limit erreicht ahaha sehr cool sehr cool na dann lass uns doch das Herb Limit mal hochsetzen hier auf 400 zum Beispiel kannst du noch mal 100 Herbs ernten vielleicht können wir die dann auch beim Händler gegen andere Herbs eintauschen grüne gegen ach guck mal wenn du da herangehst hörst du nicht so viel oder doch so unsere Holzvorräte sind stabil keiner muss frieren keiner muss hungern Klamotten haben sie auch die Schule wird fleißig besucht also ich würde mal sagen jetzt hier nach Folge 8 warum auch immer es erscheint mir wie ein Wunder läuft das hier eigentlich ganz gut scheinbar ist wirklich der Start wichtig aber wir wollen nicht vergessen dass wir die letzte Folge da stand uns die standen uns die Fäkalien schon bis zum Hals bis zur Unterlippe Oberkante da stand das alles schon weil wir ja fast erfroren wären und das war nur eine Frage der Zeit da werden wir alle gestorben wir haben es aber überlegt und dank meiner neuen Holzstrategie und dank der Kohle die jetzt auch abgebaut wird wobei ich nicht verstehe warum der hier für drei Kohle ach guck mal die liegt hier warum warum legst du denn das nicht da hin mein Junge warte mal da müssen wir hier drüben hätte das doch hinnehmen können warte mal dann bauen wir uns hier noch baue ich euch hier noch ein warum habt ihr denn nichts gesagt scheinbar legt das immer da hin genau wie er hier er legt es ja auch hier hin so Leute das war es schon oh wir haben frühen Frühling das heißt wir müssen von den Minern wieder Wäsche abziehen und wir müssen von hier warte mal Farmer Farmer 1 2 3 Farmer okay geht sein Gang gut gut und gut okay gut dann geht es hier weiter oh schon wieder 18 Minuten und ich muss mir am Ohr kratzen so Leute danke danke Junge das ist immer ganz schön aufregend hier mit banished danke fürs zugucken es hat mir wieder irre Spaß gemacht bleibt am Ball und wie gesagt kauft euch das Spiel bloß nicht um Gottes Willen guckt hier einfach meine Let's Plays dann ist ja viel besser ist ja viel besser ne aber ihr könnt es natürlich auch kaufen weil es macht es einfach nur total Spaß und da könnt ihr mir auch mal schöne Tipps geben oder so weil ich komme ja dann nicht so schnell voran hier wie ihr ja wenn ich hier jeden Tag eine Viertelstunde 20 Minuten sende habe ich ja nach 5 Tagen erst eine Stunde gespielt sozusagen ihr wisst was ich meine muss man sich auch erstmal ausrechnen zwischendurch habe ich gar keine Zeit zum Spielen na gut ich habe mich jetzt schon mehrmals verabschiedet danke und tschüss meine lieben Freunde bis zum nächsten Mal tschüss tschüss